ja leute willkommen auf zu craft 4 heute mal eine kleine runde gta online mit bei phoenix auf jeden fall wir sind jetzt gerade in meiner garage seht schon da sind jetzt so die umstände unter denen ich aufnehme also ich nicht bin ja nicht den gta so ich würde sagen nehmen wir uns einfach mal dieses blaue auto weil das ganz schön aussieht und fahren wir mal ein bisschen rum jeden fall dies der erste paar welche noch nicht so viel machen einfach nur um euch zu zeigen was mache ich denn das heißt was mache ich so wie also was habe ich so viel sachen geht ja auch wenn ich sagen muss jetzt läuft hat mir ein bisschen geholfen an so sachen zu kommen geholfen so ein spaß hat mir einfach eine ja okay doch wenig so oft da wollte er eigentlich auch mit dabei sein aber anscheinend ist er jetzt offline hat er jetzt offline gemüsst was sehr schade ist aber man kann da nichts dran ändern oder vielleicht oder vielleicht oder vielleicht oder vielleicht der buch da alles klar naja denke du weißt dass ich damit meine mit der buchte diese blöden autos das liegt an der schnee wegen der glätte tausend prozent liegt es daran also ich mache jetzt mal in der ersten folge ein paar stunts mit der karre wenn wenn es bis dahin überlebt so haben wir die dann nichts ganz dahinten also in der sitzung ist es gerade keine sauter genau hier bei dem ding ist es so haben wir einfach hier an waypoint also ich will einfach euch in ruhe mal zeigen wie ich aufnehmen deswegen bin jetzt mal in einer sitzung wo keine sauter drin ist eigentlich habe ich an der face cross das schon eingeladen nur wie schon gesagt ihr habt glaube ich sogar oben rechts gesehen dass er offline gegangen ist süß so neun heißt er ich weiß nicht wie er drauf gekommen ist aber irgendwie wird er schon drauf gekommen sein kurze fixe man muss sagen ich bin nebenbei noch in minecraft afk weil da so ein projekt gerade aufgenommen wird aufnahmen die nehmen irgendwie gar nicht mehr auf kein plan warum jetzt sollte ich langsam ein bisschen aufpassen mit dem auto will ich schon noch ein paar stunts machen bevor es kaputt ist ja mann diese blühen spaß meine gut ruhig bleiben alter so ein spaß ich habe das auto überlebt nicht mehr so wie lange nehme ich eigentlich schon aufhörter steckt nicht da super denke mal so zwei bis drei minuten ja zwei minuten ja dann haben wir noch 13 minuten vor uns ungefähr heißt nicht dass ich wirklich so viel macht ich finde ich jetzt den falschen weg gefahren also wäre ihn beinahe gefahren auf die seite du lappen gott sei dank sind wir gleich da mit dem auto ist man wirklich schnell an irgendwelchen zielen stimmt da hat sich einfach eingeschaut so ein scheiß dreck na toll kann ich ganz aufnahe wegschmeißen hat zumindest in game sound sorry leute ja das war jetzt ein bisschen blöd durchgestartet bin ich mal ganz ehrlich ja das war es wirklich nur wegen dem scheiß rein weil sie das einfach eingeschaut hat ohne meine erlaubnis mann es legt doch irgendwie ps3 raus so eine scheiß konsole zwischen sachen grafik leistung zocken lässt sich schon geil mit der kann wirklich nichts dagegen sagen die wirklich gar die titel macht auch spaß mit ihr zu zocken wenn sie mal funktioniert aber wenn sie nicht funktioniert dann ja weniger das blöde oder das kotzt nicht so dermaßen durch bleiben und jetzt ich bin vorm pc ich bin vorm pc und diese scheiß hättet kriegt es nicht auf die reihen von kontakt herzustellen vorm pc der monitor ist vor meiner schnauze direkt oder sind ein paar cm unterschied so ja jetzt haben wir schon direkt aufgeschafft ist auch mit so einem auto nicht schwer dafür ist kurz jetzt wieder da ich bin mal moving user was moved so wie sind wir in der aufnahme schön dass du wieder da bist ok so gut dann bist du doch noch dabei ja nice putz nicht so rp ist jetzt online also ben texow oh bist du jetzt mit dem falschen account online gekommen oder wie ja hä ich seh hä was ist denn jetzt so rot von der polizei bin werde ich nicht verfolgt anscheinend ich habe aber keine sterne wahrscheinlich habe da wieder eine mist gebaut so habe ich habe ein paar stunts jetzt erst mal gemacht so probieren wir es einfach nochmal hey moxa ding stream oder video aufnahme und warte ich lade dich mal schnell ein da moment also nix sag einfach wenn ich dich einladen kann was war eigentlich gerade los ist dein internet abgestürzt na na hast du private sitzung einladungssitzung ja private sozusagen alleine wo man die leute einladen muss uuuhh in der tat das darf gerade habe ich es aber geschafft ich glaube in der aufnahme fahr ich mit ein paar autos hin und her wo ist ne batante jetzt lolix ja der ist in minecraft drin der will nicht mit aufnehmen komm ey jetzt bin ich aber schon mit meinem online oder ja sowieso mein stand schon da ich habe leider schon ewig kein gta mehr gespielt deswegen sind meine fahrkünste auch für die tonne das ist ja falsch meine partner oh mein gott bin ich wirklich soweit gefahren und und der welt du magst aufnahmen für hosen ja für den kanal jetzt kräfte vier klar morgen oder so hoch hat ein ganz normales video nehme ich auf auch so jetzt weil stream das kann leider die technik nicht zugelassen auf jeden fall bin ich an dem bauch noch in so einer skype konfigur habe ich aber den ton ausgeschaltet weil ich die derzeit nicht gebrauchen kann mit dem blauen blatt und ja ja da kommt noch ein paar Jahre zu finden Gott ja ich muss dann fragen ob ich da ne 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 ein paar fehler gemacht und nicht der lolix die sollten seiten also wirklich war der erste der versuchte dass der felix ruf der deine kommt geht gar nicht war wirklich das letzte moment noch am fahren aber ich kann nicht gleich einladen weil es nicht mehr lang dauern sollte gut da rein ach diese glatten straßen kotzen mich einfach so aufs übelste an und dann bremst man einmal und er brenzt kann er denn in diese folge geht ja keine ahnung 1 1 da felix ruf der und 40 und dann noch klerodon dauernd am ausrasten alles klar ja okay nennen sie klerodon dauernd am ausrasten ich habe die schon eingeladen und man komme ich dadurch durch komme ich dadurch ganz knapp ja 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 hatte ich schon eingeladen jetzt dauert es noch ein bisschen super ich muss es irgendwie schaffen hier raus zu kommen mal vergessen häng ja fest toll ich kann mir dadurch wenn man von der ps3 keine tonik geht keine ahnung irgendwie raus meine güte so ein scheiß ich komme hier nicht mehr raus die 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 ich halt raus aus dem scheiß ding so gut jetzt mache ich hier ich bin in der sitzung muss ich weiter weg laufen so hat mich ob ich nicht geschrieben werde dann mein handy auf lautlos jetzt andere dinge zu tun so sich wieder ewig weit weg klatschen dass sich dieses blöde auto anfordern kann ja auch toll war nicht was ein auto aus der patsche bringen kann doch gott sei dank ja bist du immer noch spüren nach kurz jetzt ist endlich wieder da scheiße ich habe einen falschen knopf gekommen sie haben auch andersrum fahren ich könnte ausrasten geht mal weg ihr spaßten perry pass mal auf muss das wieder zurückfahren boah geht's mal auf die zeit ihr scheiß computer wo ist denn der weg in mein appartement zurück dass ich ein anderes auto holen kann weil das hier ist ein bisschen kaputt ach ich bin ja bald da ach man es kotzt mich an auf so einer glatten strecke zu fahren das haben ist mir egal hä wo muss ich jetzt rauf hier mann ist nervt immer werde ich angeschrieben wenn ich aufnehmen ganze zeit ist nix aber wenn ich mal aufnehmen dann natürlich ganz zeit irgendwelche blöden sms ich wüsste wie lange ich schon aufnehme man wie lange nehme ich jetzt schon auf ich habe keine ahnung warte ich bin gerade bei ihm heute mal nur bis um halber drauf oder zwölf auf und so steigern wir schon raus ja warte mal machen wir mal schnell abzuschmeißen hast du schaden naja das ist gleich das wohl langsames dato was ich habe das ist jetzt kein sportwagen sondern so eine stinknormalka die ich nur ein bisschen aufgemotzt habe also nicht wirklich besonders also ich nenne die vor wahrscheinlich paar stanz und viel rage ich habe manchmal wirklich die andere als ob diese playstation lag ich meine nicht ich merke deine sache nur alles klar mein alter hat angeklebt was der mal hatte ich glaube das liegt nicht so lange hat man ja gesehen eine fernbedienung jeder je wirklich jeder einzelne knopf draußen benutzen die beste karre wahrscheinlich irgend zwei schrottkisten ist nur kannst du in der aufer dann sehen dann fahr ich mal ganz aufs auto zurück dann wartest du schnell anfangen wir schnell wird die folge als 20 minuten ich denke dank der besseren kodierung wird dass ihr dann auch nicht allzu lange zum mann drei mein alter ist das schnarmulär hoffen wir nicht zu flab da jetzt hingeht ja stimmt Ich hab ja jetzt mein neue Playstation sowieso in meinem alten Gehäuse drin. Echt? Oh, alles klar. Okay, wieso denn das? Ja, weil mein altes Gehäuse einfach besser ausgeschaut hat. Hä, ist das alles gleich, oder nicht? Ja, trotzdem. Aber das, weil ich älter gekriegt hatte, hat lauter Kratzer gehabt. Ah, so. Okay. Wer hat denn das umgebaut für dich? Dein Vater? Ja. Okay, ich glaub der kennt sich bei sowas aus. Ja, schon. Jetzt hab ich da schon einiges gehört. Ach, gleich mal so. So. So, taugts. Wo bist du? Ja, ich komm gleich wieder aus meiner Garage Nasser. Voll cool, dass die Autos dann auch zum Beispiel repariert sind. So. 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 Gott, bin da. Ja. Markierung am Flugplatz. Warte. Muss ich mal schnell schauen. Dann fahren wir einfach zu dem, den ich kenne. Es gibt da nicht an einem Flugplatz. Echt? 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 Du kannst hinten auf die Ladefläche noch sehr viel hocken. Was auf. Also, geh auf. Da steigen wir sein. He he. He cool. Jawoll, können auch Leute einfahren. Segen. Echt. Echt? Echt? Das ist jetzt liters. N hatır fees. Echt? 화. Echt? Bna Atlas. Bn geila. Echt? Auf Druck. Bnaolen. Brrrr. 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 So darf ich jetzt noch links abrufen. Ist halt echt so... ... Eine, noch nicht. Ja, die Wurst-Kram. Blah. Uh, uh, uh. ja ja was soll es nicht so gut wahrscheinlich hast du dir die sterne gerade freigekauft man ja schon ein Flugzeug bestellen hat ich glaube die Aufnahme hat jetzt schon 20 Minuten vorschlägen oh man das Rennen retten Spaß nicht 3-2 3-2 3-2 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 7 8 8 7 8 9 9 10 10 11 13 Ah, ichs mehr. Hm. Nächster Flängen. Finde ich aber eigentlich toll, dass es sich an die Jahreszeit anpasst. Ich schau aber, wenn ich gern halte es schon mal. Ah, unter der Bruggdurchflängen, oder? Hm. Okay, wer mit mir zocken will, soll mich einfach in Playstation Network adden. Hä? Wer mit mir zocken will, soll mich in Playstation Network adden. Da heißt sich leider noch Flammert. Das kann ich gar nicht ändern. Scheiße, sag ich aus. Sag ich aus jetzt den Radio aufgedreht, darf ich nicht. Jawohl, jetzt machen wir mal. Duping. 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 Oh, das stimmt auch nicht. Wie ist der Brugg? Da kann man mal druck zu flängen. Probier mal so mal, kann ich mal so hieße. Ha, ha, ha. Schau mal deine Modules verschwenden. Garantier für nix. Heute ist es. Das ist kein Problem. Geil, 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 geil. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Das war's. ARD Text im Auftrag von Funk